Herzlich willkommen, liebe Eltern, zu unserer heurigen Herbstshow von Holiday Move X, unserem One-Move-Ferienprogramm für eure Liebsten. Ja, wir haben jetzt eine Woche lang ein cooles Programm wieder hier im Sportzentrum Mitte erlebt, mit euren Liebsten eben, wie gesagt. Parcours, Trampolin, Akrobatik, diese Dinge. Natürlich jede Menge Spiele haben wir gemacht, wir waren beim schönen Wetter draußen, wir haben einen schönen Herbstspaziergang gemacht. Ja, und heute, der Abschluss unserer Woche ist eben wie immer diese Show, um ein bisschen zu zeigen, was wir diese Woche so gelernt haben. Und dieses Jahr ein bisschen anders, wie ihr gerade seht, weil ich spreche zu euch durch den Monitor, nicht per Live-Schaltung direkt ins Gesicht leider. Auf jeden Fall haben wir eine Woche schön verbracht jetzt hier und haben uns natürlich anpassen müssen, ein bisschen wegen diesen Maßnahmen, die hier gerade stattfinden. Wir haben kleine Gruppen gehabt von jeweils sechs Personen und war ein bisschen mehr zum Organisieren und zum Planen, von dem her, weil wir mal Gruppenwechsel oder Wechsel der Gruppen, der Stationen gehabt haben. Aber wir lassen uns nicht drunter kriegen, wir finden Lösungen. Parcours steht auch für Improvisieren, neue Wege finden, neue Lösungen finden. Und darin sind wir schon, glaube ich, ganz gut mittlerweile. Auf jeden Fall im bewegten Sinne, auch im mentalen Sinne natürlich. Von dem her sage ich nochmal Danke, liebe Eltern, für eure lieben Kinder und Jugendlichen, dass ihr sie wieder bei uns habt lassen, eine Woche lang. Wir haben ihnen natürlich auch wieder klar gemacht, dass sie jetzt schon was sehr Besonderes, ganz Besonderes sind, jeder Einzelne und es auch zu allem bringen können und bringen werden und alles schaffen werden, was sie sich in den Kopf setzen oder an das sie glauben. Das haben wir ihnen diese Woche nicht nur einmal, sondern mehrmals gesagt und von dem her, denke ich, sollten wir da unsere Energie reinstecken. Wir tun es im bewegten Sinne und auch im mentalen Sinne natürlich, motivieren die Kleinen und sagen ihnen, dass sie großartig sind und noch viel mehr schaffen können, wenn sie das wollen und an sich glauben. Ja, und von dem her bin ich stolz auf unser Team, dass das so schön gemacht hat diese Woche wieder und freue mich auf die kommenden Ferien. Gerne wieder vorbeischauen bei uns, man kann uns erwarten in allen kommenden Ferien, unsere Ferienbetreuung, Holiday Move X. Jetzt weniger von mir und mehr von euren Liebsten und ich würde sagen, let the show begin. Open the stage. Open the stage. Musik 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 Wow, eine super Show, oder? Hat euch wirklich gefallen? Sehr schön, leider habe ich euch nicht live da heute, aber egal, nächstes Mal wieder. Und ich würde sagen, wir begrüßen unsere Kinder gleich ein zweites Mal noch für einen schönen Endapplaus. Und alle aufs Rechen! Groß Applaus! Somit großartig! Dankeschön für diese coole Woche mit euren Liebsten. Wir freuen uns schon auf die nächsten Wochen. Und ja, sagen danke liebe Eltern, danke mein liebes Team. Danke, danke. Danke für das ganze Bett. Und? Jetzt kommt noch eine wichtige Frage. Wir haben nämlich diese Woche darüber gesprochen, dass man manches schaffen kann, wenn man will. Und die Frage ist aber, was genau? Was kann man euch schaffen, wenn man will? Alles! Was? Alles! Mach mal ein bisschen lauter. Alles! Eben, alles, okay? Ihr habt das gehört. Wir werden auch alles schaffen, was wir wollen. Vor allem die da. Und danke. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Oder auf die nächste Ferien. Tschüss! Schmeiclelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Untertitelung des ZDF, 2020